So, also, das war die Taste, wo man Aufnahmen beendet, deswegen gibt es noch eine zweite Jetzt siehst du auch dein ganzes Zeug wieder Das war zu letztend noch auf einer ganz anderen Taste, aber okay Ich hab die extra gemacht, damit wir nichts aufnehmen Ah, jetzt kann ich euch das jetzt zeigen mit, nein Hier, F1 war das, F2 war global, F3 war Clan und F4 war Gruppe Ich glaube, wir müssen uns doch mal irgendeinen Clan anschließen Am besten einen mit dem Server Aber nicht, dass die noch Kohle wollen Das kann passieren Ne, ne, nicht da hinten, da hinten ist Smallville, da gehen wir nicht hin Immer noch Smallville Lalalala Uuuh Regenert Richtung Schritte fahren Mit einer Sombolung Luhu No can you take that? Fuck you!! Psst No Water? Ne, Stolaten die wollten die autos wollte auch schon seit ewigen einführen sind auch noch nicht da kann man lange wurden mit dem auto rumfahren und nicht immer zu fuß rumlaufen ich glaube das kann noch dauern und die land bestimmt ohne hauskosten das übelste abzogge hier scheißspiel i hate this naja genau jetzt trinke ich erstmal kurz was soda und essen und essen jetzt will ich erstmal kurz gucken was diese mini saints sind ja ich würde auch mitten auf dem weg riemann ist die es sind vor dem umweg gelaufen ach das ist sowas wie popcorn popcorn also ein paar item haben sie wohl auch neu rein m muss ja hey muss ja ich hab gar kein print ne hab ich auch nicht ich hab sie vorher nur durch glück gefunden m ach da ist die dumme farm also wenn man auch da auf die karte guckt da ist die farm ganz woanders da ist wie es eigentlich angezeigt wird aber ok tja ja 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 hoffen wir mal dass da nichts ist it's blundering time ja wie immer halt die sind überall ich sehe schon was da hinten äh zombie ich probiere mich jetzt nicht mehr rennen sonst laufen muss ich schon wieder an es ist ja dann ist bloß einer skizze ach das ist dann wirklich ja noch ähm ähm äh dann sind wir noch einer fünf schon mal drei drei äh genau hinten läuft noch einer, es sind 4, 5 ja, es läuft das, Alter ach, 5 Zombies, die machen wir doch nieder nieder, mit dem Gesindel mal gerade alles, da was da läuft ein Zombie da läuft ein Zombie ja ja, hinten läuft auch noch einer hm ich hab dir den angeguckt? nee, noch nicht schade, ich versuch's ja eigentlich come with me come in me hab ich den gesagt? hm, die Erfahrung gibt's immer noch fünfer gab's vorher auch schon, also weiß nicht, ob man da schon Videos gemacht hat, wo man es gesehen hat doch, hat man schon auf jeden Fall, jetzt habt ihr es, Achtung hinter dir ach nee, der ist noch weiter weg da liegt doch einer dann hab's du schon kalt gemacht nee, der lebt noch jetzt ist er tot ist doch schon tot jetzt ist er ganz tot quatsch, denn du blöd hm, Tommy war vorher auch schon tot hm hab den doch auch selber kalt gemacht da muss doch schon tot sein wirklich ja, ich bin mir nicht versicher ja, ich bin mir nicht versicher Fresse? nein ah, da kommt noch einer ah, ich bin um mich hey there, what's up? wants up? come back down uuuh, what's up? shut up, du Schina, du dreckiger hey kannst doch nicht einfach so übern Moschentraut hellen springen doch, ich bin eingedrungen hm, ja, eingedrungen, ne? Du Schlüpferstörmer du WARDER Da sind die Viecher immer noch nix WARDER Jaja Geh Ruhe Ten of Sodor Meins Also hier liegen Ministenz Seins, hello Was ist das? Ruhe, Wanger Ist das ne Axt oder? Ne Hacke Spitzhacke Nehm ich gleich mal, dann nimmst du den Baseballschläger Du bist auch schon ein Baseballschläger Ja dann nimmst du den Metalligen Ich nimm den Metall MEDAL Was ist das? Gelaster in der Hand Achso Ich bin doch auf Drop-Item gegangen Spitz überweg Ähm Kaschenlampe weg MEDAL Da hab ich n' Daisy Ah und da oben liegt ne Armbrust, cool Nice Ist schon wieder ne BAD Wenn wir die Armbrust ausprobieren Hibst mal die Wurf Na ich will die jetzt mal testen Die hat eben noch einen Schuss Naja gerade wegen dem Schuss Der ist doch scheißegal, den brauchen wir noch nicht ausheben Für was denn? Komm mal her Schau mal wie die Ob ich überhaupt treff Warte Stille halten Nein, scheiße, der kommt schon Still halten Au Ne, den muss ich nur mit der Hand killen Dann kann ich gleich mal die Hacke da ausprobieren Achtung da kommt noch einer Achtung da kommt noch einer BAD Klara treff mich, hast schon recht Mistviech Das hier einfach meine Armbrust rumliegt Das haben sie auch neu gemacht Geh Das war doch Achtung, der läuft hinter dir her Er ist weg Ja doch, gerade schon Ok also die Die halten mit ner Axt äh die Axt zieht weniger ab als ein Baseballschläger Schon wieder ein Baseballschläger, Alter Wie gibt's denn hier noch? Sieht mal was sie alles eingebaut haben hier Hhhhh Viele sinnlose Waffen vor allem Die normale Basie bringt dann hier Wenn die da wenigstens mal vernünftig was abziehen würden, also nicht so unrealistisch. Scheiße. Ah, scheiße, hinter mir ist auch einer. Wait, I have it. Und ich nehme mal hier irgendwas. Scheiße, ich habe nichts zu heilen, verdammt. Heilen? Ich habe das wenigstens verbraucht. Bisschen, ne? Mistviecher. Hm? Das Baseballschläger, den hattest du ja schon. Nett. Das ist nett schon wiedergefunden. Dann nochmal Baseballschläger. Toll. Bandagen, ja, die brauch ich Guck mal Hast ne Pistole gefunden? Ne, ne, das ist keine Pistole Was dann? So, ich hab' den kleinen Warte Da vorne ist doch einer, wo du draufschießen kannst Oder ist der zu weit Ah, wo fliegt denn das Ding hin? Scheiße, ich muss wechseln Ja, komm halt rein, bevor er dich killt Muss ich das mal wechseln Ja, da gibt's noch, äh, ne Axt, cool Handaxt Dann schmeiß ich die scheiß Hacke weg, die zieh überhaupt nix ab Glaub ich mit ne Axt rum Hier liegt Munition für irgendwas Bandagen Jetzt hab ich noch nix frei Das klingt so, als ob da ein ganzer Haufen Zombies kommt Das werden sie doch Sind die Waffel Halt du da, ich bin zu voll dafür Züber Keine aufs Zug Ne Ich hatte doch vorher noch Bandagen hier irgendwo, was sind denn die jetzt? Die Waffel kann ich ja gut groß wegschmeißen So Pinkkiller, immerhin Wo bist du jetzt hin? Draußen Hier Immer da, wo die Zombies sind, kannte die schon weg sind, doch Und dann Die machen schon wie auf scheiß Damage hier, ey Geh mal mal weiter, ein bisschen Ding, ding Damage Oh Schießt er noch Wo denn? Wo gerade sind Ach so, hinter dir Lauf weiter Ja Shit Weg hier, wir kommen noch mehr Ah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier Hm, bin ich wieder fast tot Jetzt verliert man auch Blut, das hat man glaube ich vorher auch schon Naja Der Rot hat eh noch rumrotzen hier Wie erlachen wir, wenn wir den direkt in die Arme laufen? Ja, ich brauche auf jeden Fall Maschinengewehr, also Ich habe auch kein Truss gehört bei mir Hast du keins gehört? Ne Ich habe es bloß ganz leise gehört, deswegen Ich habe es bloß ganz leise gehört, deswegen Deswegen hat es auch gehört Laufen die noch hinterher? Nope Hey, Mr. Sanchez Hey, hey, hey Stop it Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö und die waffen ist genauso unlogisch wenn man mit einer axt zuhaut sind die eigentlich viel kaputt hat wie mit dem baseballschläger aber irgendwie ja nicht jetzt hast du von der hacke 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 ich habe beides und beides hat weniger abgezogen als der baseballschläger total real also ich muss sagen da haben wir einen stoffen bis jetzt die genügend so gut da haben wir stecken haas sie mal herr mc hammer jetzt haben wir karen und jetzt Stop it Nö Never Stop it Again So, jetzt sind wir dann aber eh gleich soweit durch und hoffen dann, dass wir uns dass wir euch einiges zeigen konnten, was nun besser ist und was immer noch so ist und was noch schlechter ist Fazit, wir konnten nicht viel groß zeigen Ja, aber ein bisschen was hat dir schon getan Ja, aber eigentlich wird das die Zombies jetzt noch mehr lecken Naja Ich denke mal, das gibt sich auch wieder wenn man da richtig einstellt Na, das ist nicht bloß die Zombies, wir lecken ja auch Und das liegt halt an den Ja, an den Servern, weil Hauptsache voll, aber überhaupt nicht prüfen, ob es überhaupt geht Mhm Dann sind wir jetzt gerade mal hier oben und dann würde ich sagen, machen wir Schluss Schluss Gut Okay, dann Bernden wir hier mal und wir sehen uns dann in den nächsten Videos, die dann noch von anderen Spielen folgen werden Genau Gut, bis dann Haut rein Und dann Genau.